Jojo Leute, wir sind wieder am Start hier. Mit den zwei Lappen bin ich hier. Ja, mit den zwei Bro-Gamern. Du bist ein Lappen. So. So, ich geh mal. Ich wollte doch jetzt endlich mal die Mina erkunden. Wir brauchen Melonsamen, wir brauchen auch Fackeln. Ich verbrenne Holzbretter. So, ich mach mein Haus wieder weiter. Oder unsere Zentrale, wie ich das nenne. Unsere Zentrale, ja. Ich hab mal Fackeln gemacht. Ich hab die abgebaut, wo ihr geplatziert habt. Ich bauch die. Oh, scheiße, ich bauch noch eine Eisenspitzhacke. Ach gut, ich hab noch genug Eisenbauen dabei. Dann kann ich nämlich dann... Markus, was hast du für einen Film gestern geguckt, wo du geschrieben hast? Herr der Ringe, Teil 3. Der Hobbit Teil 3 soll jetzt demnächst rauskommen. Ja, den schau ich mir auch an. Da will ich ins Tribble-Feature. Wie Spaß. Ja, weil ich hab die ersten zwei noch nicht gesehen und dann zieh ich mir alle drei am Stück rein. Ja, das ist auch geil. Das würde ich auch... Werd ich auch gern machen. Eigentlich sollte ja am Sonntag da eine Teil rauskommen, aber da kam ja nicht. Ey, was fehlt mir jetzt noch? Die Batterie habe ich. Habe ich den Circuit? Ja. Ey, ich hab doch alles. Sven, mit dem Recycler kannst du da aus Schienen das Zeug wieder rausholen? Das Eisen? Nein, der Recycler macht einfach aus Zeug Scrap. Und aus Scrap können wir, wenn wir Glück haben, Diamanten machen. Ach so. Und Yuyumeter und so ne Kacke. Und Yuyumeter ist geil. Ich darf dir mal dein... Ich sterbe. Oh ne. Stürzt der schon wieder ab? Oh ne, das hasse ich. Der stürzt öfter mal ab. Ja, bauen halt. Da müssen ein paar fahren. Also gut, ich habe jetzt mal den Ranch aufgeladen hier. Was baue ich damit jetzt ab? Den Messerator. Ey, es hat funktioniert. Also du hast Kupfer voraus gemacht? Es droppt einfach. Oh nein! Jetzt habe ich auch noch... ...und so einen Messerator... ...und so einen Ofen abgebaut. Ich wollte eigentlich was reinlegen und dann rechtsklick mit dem Ding in der Hand gemacht. Na, das ist halt ein Pfeifer. Eigentlich könnte ich gleich den... ...den Ofen gleich mit dem Messerator verbinden, oder? Ja. Ne, eigentlich nicht. Ja, nein. Nicht auf dem Mechernfoto. Wege Transport-Pipe? Und dann kannst du sie verbinden. Natürlich, ich könnte es auch mit Transport-Pipe sagen. Aber dann brauchen die wieder Motoren. Ja, brauchen wir sowieso. Mach das lieber mit Hoppern. Foto, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Jetzt kommt's. Wo ist Sand? Oh, ist selber Sand? Nein, ich bin gerade beim Bauern. Ich brenne. Er nimmt auf. Ja, du brennst genau. Und dann hast du dann gleich Sand. Du brenst auf Arbeit. Du kannst ein Stack Sand holen. Oder zwei. Auf welchem Level steht eigentlich der Server? Wie auf welchem Level? Auf H? Ja, weil ich... Auf H? Ja. Glaub ich schon. Deswegen macht das fast komplette Damage. Was? Ist das bisschen fach? Ich bin nur kurz rein. Ich habe nur noch zwei Herzen gehabt. Was denn? Feuer. Feuerschaden. Äh, der verändert sich aber überhaupt nicht. Nicht? Nein. Okay, dann habe ich halt jede Menge Damage gekriegt. Ich hoffe mal, der Hopper wirft automatisch die Dinge nach unten. Ja, tut er. Ich habe gerade so richtige Frame-Anbrecher gerade. Oh, das ist ungünstig für Aufnahmen. Äh, Markus, wir können aus Cobblestone übrigens Sand machen. Was? Nicht? Wieso das? Ich werfe mal an und lasse das auch gleich in den Ofen hauen, um zu testen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es gebaut habe. Dann hast du quasi aus Steinsand und Glas gleichzeitig. Aber wir brauchen sowieso den, äh, Motoren. Zumindest Redstone-Motoren brauchen wir. Ja, die kann man ja irgendwann noch bauen. Wenn wir dann über den Nähter dann gehen? Oh Mann, ich kann es nicht mit Hoppern machen. Eben, bau dran Spotpipes. Ja, muss ich jetzt auch. Mach das. Und Wetzelmotoren. Boah, Futur? Äh? Einfach mal die Fresse halt. Och Mann, ich gebe euch nur konstruktive Tipps. Gehtipps. Ja, Tipps. Gehtipps. Gehtipps. Kann schon laufen. Dann ist ja gut. Ich brauche keine Gehtipps. Dann bring ein Thema, wo wir drüber diskutieren können. Nee, ich muss hier grad Schaltungen bauen. Kann mir jemand mal eine Spitzer holen, bitte? Blech grad. Hol dir selber eine. Er ist am Auge. Dein Adolfo kann sich einen Arsch schieben, das ist wenn, Alter. Ja. Ja, hast du noch was ich verstanden? Nein, habe ich nicht. Ja, ja. Danke, Klaas. Haha, ich glaube dir dein erstes Glas, bitch. Schön. Was hab ich wieder wisch? Warte mal. Was mich wieder wisch. Oh, ich bin schon ein Glas für dich. Ja. Das ist ein leiser. Ich mach Glas aus Stein. Ich brauche, das ist mir nicht bezackeln. Ja, Kiste. Um wieder Steinen abzubauen und Klaster aussoll. und ich habe ihren hauptbein die fahrung ist es war das ist natürlich nie es wenn markus hier schreibt mir alle im brot ja wenn du nicht kommst ich hab mich richtig vermisst habe ich gemerkt hat jetzt aber weiter gebraucht ich wollte nur den moment warten also erstmal das ist fiese dabei erstmal sitzen setzen lassen erst mal nicht antworten wird sich dann so starke spaß ich habe uns das ganze club zusammen also ich will nichts hören ja was mache ich hier hart arbeiten mein club ja das stimmt dann die ganzen sachen die du haben willst nicht kriege ich muss ja meine schnauze halten ja genau weißt auch warum weil ich ahnung haben du nicht also zu langsam krepp für mich an schaffst aber ich habe mir jetzt mal überlegt hat die schweine farm ist hier ist mir brauchen kühe ja echt genau mein kommentar aus der letzten folge aber dann hast du gemeint nö du hast ja keine ahnung deswegen habe ich erst mal dezent ignoriert dann überlegt und dann ist mir eingefallen ja hast du recht wie kann man noch mal bei den komischen transportpipes einstellen wo der output und wo der input ist mit der quarts wrench nee oder doch aber dafür genug quarts wahrscheinlich nicht mehr markus der quarts doch immer wir brauchen fünf quarts und da kann ich jetzt wollen wir auch noch einen kompressor um das zu bauen warum aber jetzt weil wir eigentlich was zu wenig haben ja ich quatsch dir noch ein hektik ansonsten muss ich aus dem das jetzt ja noch quarts machen was brauchst du für den kommt ein quarts brauchst du ein quarts ja suche mal quarts in den kisten haben wir keins mehr mehr haben nicht so viel gehabt ja hier haben wir brauchen aber fünf ich kann zwar ein fünftes machen aber dafür brauchen kompressor was brauchst du für den kompressor wieder von haufen bulletschild also der kompressor müssen wir bauen warte einfach bis ich das was gefunden habe ich habe eine gute idee ich baue einfach den ofen noch mal ab dann baut sich automatisch richtig rum hin ja wo wir es mal so wie sich quarts gefunden habe dann sich den ofen wieder unten drunter und es ist richtig rum jetzt man kann das ding verarschen gut und man ist schon skelette oja töte sie töte sie wir brauchen skelette die töten mich das ist ich habe eine lederrüstung hat nur ein barbo helm auch mal eigentlich immer noch keine crafting bench hier drin ich glaube ich stehe mir jetzt gleich noch eine crafting bench hin weil ich renne die ganze zeit hin und her die ganze zeit oben ihr seid dafür verantwortlich nicht ich auch hier immer noch quarts aber hier unten gibt es kein quarts anscheinend gibt in der mine kein quarts marcus marcus da ist ein oder ich mag ich dann nur vier herzen weg oder 3 deswegen sollte ich keine rüstung machen bei deinem verbrauch werde ich richtig kaputt ja ich baue du 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 drop the base so jetzt habe ich hier quarts und ich habe ein redstone engine jetzt kann ich aber nicht mitnehmen so brauchst du es gleich sofort oder ja jetzt nicht mehr gerade ich habe den redstone engine schon gebaut und so weißt du ich bringe es trotzdem ich bin voll nämlich dann frag nicht was äh was schon so für dich Udo achso wir brauchen äh ne verzauberungstisch die redstone dinger konnten nicht explodieren ne 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 oh geil wir haben einen richtig geilen riss hier mit der irdischer richtig geilen riss riss ja ok nicht wissen was das heißt ganz viele rohstoffe ganz leicht also ich brauche aber ein jetpack gut ich habe jetzt hier eine helfe platziert mit dem wir sagen können dass das zeug aus dem meserator automatisch in den oven gepumpt werden soll oder nicht ja immer weiter runter das ist sehr ungünstig oh jetzt neigt sich die ende folge zu ich will den blocken ja gott wie hoch hast du das gebaut beende ich jetzt die folge schau nach hast du das quatsch jetzt schon her gebracht nein ich bin tiefer in den keller gefallen gut dann sehen wir das nächste mal zu einer neuen folge von take it light my craft bis dann jo tschaui Tü, tü, tü.